Also, du kannst dir das aussuchen, Kero. Meine Tendenz ist, dass ihr die Dinger stehen lasst und mit uns mitkommt. Wir decken erstmal, bis sie ein bisschen vor sind, dann gehen wir mit. Jo, alles klar. Ach, schade. Ist du bei dem Zahn drüber? Nee. Nee, das seh ich nicht. Aber erst wenn du weiter landfährst, das wird eng. Und dann wo du auch noch. Ja. Ja, bin ich schon. Bewegung. Richtung 260 Grad weiter oben. Ich steck schon mal aus, ja. Kero? Ja, die haben uns gesehen, schießen. Warte, bleibt noch drin. Okay. Team, zweites Team, Team Rot, mal an unsrand schießen. Jetzt gleich die Straße runter, müssten die sein. Ja. Jetzt die Straße runter. Vor uns, vor uns. Halt mal raus. Oh Gott, meine Scheibe ist weg. Au. Muss man ein bisschen ausschränken. Das ist hoch, dann war ich an der rechten Seite. Ich stecke ja, hier. Halt mal. Oh Gott. Ich stehe an. 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 Vielen Dank.